kann sich jeder seine eigenen Gedanken bezüglich des tatsächlichen Aufklärungswillens und vor allem auch darüber machen, wie diese Regierung auf einen solchen Anschlag, auf einen Terroranschlag, auf eine zentrale Infrastruktur unseres Landes reagiert, nämlich gar nicht. Und da sagen wir ganz klar, das ist ein absoluter Wahnsinn. Wir machen uns zum Gespött auf der ganzen Welt. Jeder lacht über Deutschland. Eine solche Tat darf nicht ungesünd bleiben und muss entsprechende Folgen haben.